Ich war ja gewusst, dass ich da mitspielt. Ja. Ich mach einfach meine Tränke full. Aufgaben war das, ne? Da, Beiträgen. Mein Gegengift mach ich full. Das kann man sicher fragen. Ein 1er Lager, ne? Ist am besten. Ja, bist du jetzt auch schon dabei? Dr. Dave Rider? Ja bitte, brechen wir auf, weil der Rest kommt nicht nachher. Vielleicht macht ja das der Meister. Ja, schauen wir mal. Ihm vorschicken Kanonenfutter, ne? So. Das Problem ist ja, der darf auch nicht sehr oft ohnmächtig werden, ne? Ja. Da müssen wir was essen. Aber der schaut schon wieder ein mit dem Riesl. So. Ja. Ja. Ein bisschen weiter zu beginnen. Ja. Jetzt ist er schon unterwegs. Nein, ich bin da, bei dir. Aber er... Ja, ist schon voraus. Also, der ist ja schon oben da, ist der Rat. Ja, der reitet wahrscheinlich oben da. Ja, ja, der macht das. Wo ist denn der, Alter? Ja. Auf neig's. Ja, jetzt mit ein bisschen Lahn, ne? Mhm. Mit Schmackes. Ja, das ist ja gar kein Auftrag, du. Das ist ja kein Gehegner für mich. Mhm. Das ist ja schon hergeflogen. Ja, das habe ich gesehen, habe gesehen. Wir müssen zurückschauen. Hier, das macht's schön. Ja, ja. Das schaust, gell. Ein Pflanzerle. Hoppala. Ich rutsch. Ich soll das da auch einfangen. Irgendwas, die Viecher. Könntest du da einpflanzen auf dem Zimmer. Okay. Habe, habe. War ja gewesen einmal, dass die Fangen, wir sie noch einmal klein mitgenommen haben. Ah, okay. Wir müssen welche Aumeisen einmal fangen oder irgendwas. Ja, genau. Aumeisen. Ah, scheiße. Ich upfe die noch. Aber das passiert mir da ewig. Das ist... Ich weiß ja, wie oft ich das da schon im Kopf habe, dass ich da einfach oben bin. Ja. Ah. Ahm. 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 Ja, da passt ja nichts herum. Er macht das eh. Er hat mich gesehen, am besten meiner. Ich komm schon. Da bin ich. Er riecht schon. Der andere ist gar nicht da. Ja, wo ist denn der? Der ist ja ganz hinten da noch. Der mag nicht. Achso. Du haust dich schon drauf. Ja, das ist ja. Ich will da warten, oder? Ja. Dann gib ihm einfach das, was er braucht. Das ist Liebe. So. Auwe. Ja, der Kreck ist da. Ah. Mach das. Immer vor dem Krieg weg. Ich bin ja vergiftet. Der Olle ist schon wieder. Ich muss weg. Das gibt's ja nicht. Von meinem Glück mit so einem kleinen Käfer haut mich nieder. Nein, geh weg von mir. Aber ins Maul. Aber er vergiftet mich. Ja. So dass meiner hoch springt und den Skill macht, wird er halt unterbrochen und vergiftet. Ja. So. Aber ich schläge mich einfach auf der Oster her. Wo ist der Gute? Ich will zuhauen, dann schlä... Ich war klar. Ich habe einen kleinen Stammschädel, echt. Oh, ich rufe mal. Oh, ich rufe mal. Ich werde ein Schleuderexperter jetzt. Ja, das ist komplett daneben. Ja, was ist denn jetzt mit Ihrem... Alter, geht nur auf mir. Ich bin gleich hin. Der Arme springe ich. Lenken ab. Ja, ich lenke. Aber er tut nicht. Ich bin gleich hin. Oh, Alter. Oh, Alter. Aber so haben wir schon in meine Klatschen bei mir. Ja, kann ich mich schon wieder aufhalten. Es gibt sie nicht. Ja, ja, kein Fungball. Ja, ja. So, darf ich jetzt einmal? Jetzt schreit er, wenn ich zuhauen will. Und dann fliegt er da vorne. Also, einen Fahrle hätte ich so mitnehmen, das weiß ich nicht. Ob ich weiß nicht. Hast du eigentlich einen Notsignal abgesetzt, oder? Nein. Ja. Ich bin nicht mehr da... Scheiße. Kann ich noch einmal machen. Ja. Normal können die Leute aber immer noch einsteigen in die Quelle. Ich weiß gar nicht. Wollen wir nicht irgendwas einsteigen? Geh weg von mir! Ich will mich ein bisschen hochheilen. Ich bin die ganze Zeit am heilen, oder? Ja. Aber du hast dich vorher gesagt, diese Monster sind irgendwie leichter, obwohl es schwerer geworden ist. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ich glaube, gestern war er ein guter Tag. Mitleid. Nein. Ja. Ja. Jetzt hast du so gedacht, gell? Ja. So. So. Ja, fliegt er schon vor, ey. Hat er schon schnell gekriegt jetzt, ne? So, ey. Wie ist das eh schon zu früh? Ja. Aber wie du sagst, ich schieße einmal so ein Notsignal wirklich in die Höhe vielleicht. Freut mich, dich kennenzulernen. Hey, Alter. Meixner. Wir kennen ihn schon lang. So. Ich schieße das einmal in die Höhe. Ja. Da kriegen wir vielleicht noch etwas zu früh. Alter Schwede. Da ist eine Fußspur. Den nehmen wir mit. Mhm. Ja, da brauch ich noch ein paar. Da ist noch eine. Ja. Da ist ein Scheißhaufen. Ja. Fingereini halten. Jawoll. Wenn es noch warm ist. Ach, da. Knochenhaufen. Ne, was? Wenn die diesen Slogas zurückgehen, noch kurz. Material holen. Er ist. Er ist schon. Okay. Dann werden wir schon fighten. Ja. Aber er hat mir schon gesehen, er schießt schon auf mich wahrscheinlich. Oder? Nein. Na, ich weiß nicht, was er da anschießt. Ich bin's ja. Das Kugel. Das Blitzkugel. Er hat mich schon gesehen. Haha. Die hat er gern, oder? Ja. Ja. Dann werden wir mal herkuchen. Ja? Auwe. Hahaha. Jetzt kommt er schon. Ich trinke einmal wieder was. Ich schieße ihn mal an. Der andere ist auch nur am Saufen da. Hahaha. Hahaha. Ja. Hier haben wir den ganzen Stein am Schädel. Oh. Wo spüren? So. Gefällt mir das, wenn er stehen bleibt, schön ruhig. Nein. Da ist eine Stelle, wo er nicht durchkommt. Okay. Ja, ja, ja. Hahaha. Jetzt kann ich ihn nicht hauen. Alter, bleib schreit. Ich fuhren was. Jetzt bin ich einmal oben, Alter. Ich habe mir gedacht, die kaufen so Anstöpseldinger da. Ah. Ich hasse ihn. Und seine Mama mag er auch nicht. Hahaha. Nein. Die ganze Familie ist scheiße. Schlafkröte. Jetzt ist er noch immer doof. Fast jetzt ist ein paar Meter rumgeflogen, das Arschloch. Nur damit ich nicht zuhauen konnte. Schlafkröte hat er aktiviert schon einmal. Ja. Ja, dann schläft er kurz. Ja. So wie du es drauf hast. Warte mal, jetzt habe ich seinen Fuß erwischt. Ja, er hat mich erwischt. So. Schau, ich habe gedacht, das Schwanz alles fuhrt jetzt so. Das wird da ein wenig drauf, glaube ich. Das schreit wieder und hebt ab, ja. Wahrscheinlich. Ah, wei. Nein. Ja, das geht einfach nicht. Alter, er fliegt dann in die Höhe. Und ich kriege dann in den Schaden. Aufwand statt, dass ich einfach... Ja, schon, machst du nicht? Ach, stimmt. Genau, vor allem, ich mache ein Spiel, Alter. Bist du schon giftig drauf? Ja. Kein nichts, nein. Ich bin gleich fertig gefahren, glaube ich. Du weißt, der hat mich gern, nämlich. Ich brauche eine Giftresistenz oder so. Das wäre interessant. Alter, wo fliege ich hin? Da drüben ist Heilung. Ja. Du kannst dich heilen. Ja. Da drüben ist. Der Schwanz, der mal weg ist, ne. Das wäre interessant. Ja. Dass wir dann mal irgendwas looten könnten, dann mal ne. Was passiert denn da alles, Alter? Ich weiß nicht. Ich bin... Oh, Alter! Der hat ja vor die Explosion hergeschmissen. Vor einem Schädel musst du immer wegbeieben, Alter. Ja, jetzt ist er im Rage-Modus, ne? Daneben! Ja, super! Ich komm ja nicht! Na! Ich hab's nicht abbrechen können. Ja, ich könnte. Warte mal, ich hab mal das Ding hier da. Ein Vulkerl zum Aufladen. Der haut drauf! Ja! Irgendwann muss er ja mal zählen, ne? Das ist schein' nett. Das war gut, Alter. Alter, es ist so aufgestaunt, er ist durchgeregt. Was ist denn jetzt los? Huch! Hat er süß recht, oder? Ja, weil damit sie mitteit halt. Ich muss schon mal Waffen erschärfen, haben wir keine Zeit. So. Na, geh weg! Ich wollte ihn noch ein bisschen schärfen. Ah, da unten ist jetzt der andere. Der Blitzer. Sollte ich einmal was tun. Ja, da hat er ein Foto gemacht. Das hat sofort geflogen. Ach du Scheiße. Ich bin in Ruhe gekommen. Wo sind wir noch? Was tut er jetzt? Wir da zu gehen, Alter! Ja! Ich weiß nicht! Ja, grüß Gott! Ja, grüß Gott! Geh weg, Alter! Alter, geh doch einfach, wenn anders zu gehen. Für dich habe ich kein Unterlegmaterial. Was? Dann hole ich ihn einmal zurück. Ja, weder! Von ihm! Ich brauche ein Maguiar! Wo bist du jetzt hingelaufen? Na, da auch! Boah, hat er mal graut, oder so, wieder? Ich glaube, ich geh ins Lager zurück, oder so, oder? Geschickter! Ja! Aber okay! Was ist für einen Anfänger? Nein! Ich möchte heute schon wieder wälzen. Ah, ein paar Stahnen nehme ich mit. Sind das wie viel ich da unten? Ist das der Ohr da? Nein! Ich, oder? Hallo! Das ist ja der Untere, Depperte! Ja, da sind ja leider Depperte! Der ist ja eh über der Dobi! Der Greg ist schon dort! Ja! Ich komm schon! Ja! Das Fingerkletut! Aufi! 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 Ich bin ja der Lahn weggeflogen! Na weh! Ich muss weg! Was ist denn? Was ist denn jetzt passiert? Da ist ein Bound durchgeflogen, oder? Ja! Super! Das ist ja zu fett! Was ist da? Ja! Ja! Ich bin ja unten! Ich lasse mich unterleihen! Deine Depperte! Boah! Was kommt gleich holen? Zu unten? Ich bin ja wieder! Ich bin ja wieder! Auwe! Ich sehe nichts, Alter! Ich bin dummisch! Ich bin dummisch! Unser Schädel ist nicht mehr, das ist ganz toll! Ich hau euch schon! Ich hau euch auch! Ja! Was war denn das jetzt? Da war Schuh um und dann fliebst du wieder um! Auwe! Uuuu! Ich nacht jetzt die noch! Uuuu! Alter, ich hab grad andere Schuhe! Der Manolo! Ich such grad was, hab ich gut geschnappt! Habe stein' nochmal! Na! Hilft das nicht? Was hab ich denn da? Jaaa! Super! Alter! Die hau mit Scheiße an! Das gibt's ja nicht! Was hab ich denn da oben? Ich wollte ja Blitzdinger haben! Ja, ich wollte nur da die Gesundheitsding! Heine! Stufe einfach helfen! Hilft's? Ein ganz wildes Viecher, gell? Aber jetzt ist es schon das dritte Mal abgekaut, ne? Also dürften wir ihn gleich haben einmal, ne? Ja, bitte! Aber ich geh mal ins Lager zurück! So! Weil's dann gleich in die Ecken ist! Er zittert ja nicht einmal nachkommt bevor! Das ist ja das Schlimme! Ich geh mir ein Material holen! Ich geh da auf! Wirklich verwalten! Ich geh da auf! Ich geh da auf! Jetzt müssen wir wieder zurück! Super! Ja! Zwei Fallen hab ich eingesteckt und das ist normal geschafft! Alter, wo ist es jetzt wieder mit den Käfern? Da ist es für erst auf, dann oben, jetzt wieder auf! Ja! Er fliegt da hinten! Ich seh ihn schon! Da zittert die Ehrringen! Hahaha! Hahaha! Das zittert die Ehrringen! Hahaha! Ja! Komm her da! Hahaha! Das ist ja drauf! Ich habe eine Falle gestellt! Ja, aber wahrscheinlich eine Ehringlich! Ja. Au, au, au. Komm her da. Ja komm schon. Hallo. Da bin ich. Carly geht auf der Plan. Jetzt hat er gewohnt. Hat er mich gesehen? Jetzt wird er nervös. Ich hab schon wieder so blöde Stall gefahren, wo er immer die Waffen abschlagen hat. Was ist denn da? Was ist denn da? Nein, das ist gut. 1, 2. So. Aber es geht schon besser. Kommt hervor. Der Rack hat sich von der Quest zurückgezogen. Das ist sehr gut. Ja, jetzt haben wir ein wenig ein Herbert und ein Dings Mikasch wieder dabei. Ja, halten wir es. Die machen das schon. Na ja. Was tut er nicht? Oina, wie vergiftet denn der an da? Die bewegt sich nicht mehr bei mir. Hä? Bin ich nur in der Lobby bei dir? Du stehst bei mir? Na, du bist auch weg. Schau dir aus bei mir. Ich hoffe, das stimmt da. Der Lahn. Da vermisst du ein Mikasch. Verbindung ist mir selber unterbrochen. Hä? Jetzt müssen wir eine Lahn raufen, damit... ...den... 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 ... 220 Punkte gekriegt. Melde dich zu der Questpartner. Es ist Zeit, das Monster zu jagen, das diese Spur hinterlassen hat. Beitreten. Das schaut gut aus. Ja, State Rider ist da, ja? Abbrechen. Dann musst du den anderen Lager, das bei 13 da oben irgendwo ist. Okay. Steht auf, oje! Scheiße. Er ist ja von alleine wach geworden. Ist natürlich schlecht, ne? Wurscht. Charles spielt auch schon wieder? Ja, aber nie mit uns, der ist ja richtig gemein. Ja, weil es lustig ist, wenn du bei dem beitreten willst. Es steht zwar offen, aber ich komm nicht rein. Nein. Ja, Alter! Was wird denn das? Ungute Sau, du! Mhm. Gut. Ja, jetzt bewegt sie natürlich nicht. So. Ich bin jetzt bei getreten, kann ich gleich was essen? Warte mal, schauen. Bei dem brauch ich das. Schappi hat Cook. Schappi haben wir. Dann ... Wo bist du? Da oben! Pff... Jetzt bin ich runtergefahren, was denn ist? Oh, wo ist der? 告诉 du, wo ist der? Werf oder Soja? Wenn der Schwanz noch mal weg wäre, wenigstens was, dann wäre es schon viel cool. Da habe ich nur eine Falle eingesteckt. Eine Grubenfalle habe ich nur. Eine Fallgrube. Da unten seht es? Ja. Ich höre schon schreien. Es ging nicht um das. Genau jetzt. Komm, 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 komm. Ich bin schon da. Und gegen die Dinosaur. Schnell. Schau, ich habe die Stolper und Knack hinten. Da geht es nicht richtig. Ich hau einfach nur. Aber ich bin vergiftet. Ja, das ist immer gut. Spring runter, du. Spring! Der krallt da rum, Alter. Spring nicht runter. Boah, Alter, wie viel Schaden das jetzt war. Jetzt kann ich nicht. So. Super. Essen kann ich nichts. Super, danke. Alter, mega ist einfach den Traum. Oder bis er, wir haben ewig Zeit, bis er dann, ich muss den X-Knopf malträtieren. Ja, bleib einmal so stehen. Ein paar Stunden. Wo ist er denn? Ja, Alter, ich weiß nicht. Oh, gut, ich sehe ihn. Ich komme da nicht runter, was ist denn da? Hallo, ich möchte da runter springen, danke. Ich denke, du wieder doppelt da rum. Schau, ich komme einfach von dem Scheiß. Da müssen wir uns hinten auch nicht weg. Mach die Tepper. Ein in die Birne, ich weiß ja nicht. Ich muss ja mal wehtun da jetzt. Da hat schon wieder Gift in den Mund. Ja, bring einmal mir die Wespen, Alter. Ja. Ich weiß nicht. Siehst du, wie das Ding ist da? Ja. Ja. Gut, dass du mir rinnt. Das Pulver trinkst du da. Können wir. Ja, der sollte einmal wehtun. Ich schreit schon wieder. Jetzt hebt er ab, gell. Ja. Ja, reinstellen. Sehr wurscht. Ich muss meine Dinger besser aufteilen, Alter, unten. Nein. So, wenn du einen Megatrank... Weil das ist bei mir immer irgendwo, Alter. Weil ich den Drang brauche immer. Ja, ja. Durchplatteln, ne. Ich muss das umstellen. Vor allem der Mantle ist ja auch super. Aber ich komm, bis ich den einmal hab, Alter. Da oben. Oh ja. Jetzt kann ich ganz normal abspringen, ne. Vorher, wie ich es gebraucht hab, ne. Nein, ich mag nicht abspringen. Nein. Ich will kein Gegengift nehmen, ne. Ha, 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 ha. So. Käfer mitnehmen. Wo? Wo? Alter. Das ist schon zart. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Ich hör da Wale singen. Hm. Heute, die Wale. Na ja. Das sind ja Wale. Vielleicht kommt einer. Wo bin ich dick? Na. Mal durch mich. Ui. Ja. So. Da ist er. Hm. So dann. Oh, er kämpft da miteinander, glaub ich. Das ist gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Genau, genau, Alter. Ich schau dir mal da zu. Na, geh weg von mir, Alter. Ich bin, ich bin, ich bin nicht der. Ich geh zurück. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich mein, ich muss erst aufgettern, ne, weil... nicht so weit aufgetren ist. Ich bin. Ja, ich hab hier die komische Stelle. Ja, das sollホfe der andere, der hier unten drin, echt. Der Orban. Ha 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 Ha. Scheiße, ja. Der Dings hat uns geholfen, anscheinend. So, das hab ich gut gemacht, heißt. Wo bin ich? Ja, ich weiß nicht, dass ich mich nicht aufhören darf. Ich brauche gar nicht die Scheiße und blündern. Raussischneiden! Alter, dann haben wir nicht einmal irgendwas oben, nicht einmal Schwanzerl abbrach'n gekriegt. Nein. Aber Gott sei Dank ist der down. Ja! Jetzt kriege ich dreimal das gleiche aus, oder was? Flugkralle? Ja, Flugkralle. Zweimal GW, eine Flugkralle. Sonst da irgendwas brauchbar. Flugspuren. Da war was, eine Schuppe. Ja. Die können ja mitnehmen, die Viecher da. Na? Hm. Schlafkröte? Hä? Da kannst du ja am Boden hinlegen, oder? Hm. Nimm mir ein Beet. Ah, ich hab die Quest erfüllt. Schau ich mal an einem mysteriösen Fenstein, wie der gekriegt. Du fährst weg. Rückenpanzer hab ich auch gekriegt und eine Flügelkralle. Super. Alles verkaufen. Ja. Ich hab nicht grad was gekriegt. Wertermittlung. Was ist denn das? Ach so, dann kriegst du ja den Ding. Diese Dekoration verschöpft und Schlafwiderstand-Fähigkeit. Ja, ich krieg das für die natürlich nicht, weil ich zu spät eingestiegen bin. Halt wieder rausgeflogen bin, ja. Helde dich zu der Quest-Partner! Es ist Zeit, das Monster zu jagen, das diese Spur hinterlassen hat. Was? Das hab ich ja grad gemacht. Die Königin des Hochlandens. Ich hab ein Problem. Hochrangige Safari sind jetzt ver... Oh, hochrangige Safari sind jetzt ver... Ich hab ein Problem. Für Rüstungsteil ist jetzt eine Verbesserungsstufe verfügbar. Ja, das wird eh gut sein. Monster der Alten in der Neuen Welt. Hast du nicht, gell? Hast du abgeschlossen? Die Asyl ist abgeschlossen. Wie nicht. Was?